Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest, Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Näher! Nur näher! Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sieh da! Mit den Ohren! Treten Sie ruhig näher! Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Ups! Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? So'n Pechbets! Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart? Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig! Und dieser Körper! Unglaublich! Wie stark er ist! Du bist! Erfenswert, diese Brutalität. Du hast diese Männer beinahe umgebracht. Du warst kurz davor, deine elementarsten Grundsätze zu verraten. Du redest dir ein, du wärst nicht wie wir. Du sagst dir, du wärst mehr. Du wärst etwas Besseres. Los jetzt, erledige ihn. Sieh ihn dir an. Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Er ist nicht besser als der Kerl. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Gut. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Ich will es hier. Sie müssen das...